Hallo zusammen, ich wünsche euch einen schönen Tag. Ja, vor Jahresfrist etwa war's. Da waren viele Menschen schon längst am Mond vorbei und längst auf dem Weg zum Mars. Ja, Elon Musk, die NASA, Jeff Brazos und viele andere, die sich darum bemüht haben, den ersten Schritt zu tun. Nun kommt einer nach dem anderen auf den Boden der Tatsachen zurück. Nachdem die NASA ihren Weltraumstaat abbrechen musste, ist nun eine Kapsel von Jeff Brazos explodiert oder abgesprengt worden. Der Weg zum Mars ist wohl doch relativ steinig. Ungefähr so steinig wie der Weg des Gases von Russland nach Deutschland. Jedenfalls im Sinne unserer Bundesregierung und unserer Experten. Nord Stream 1 ist alt und brüchig. Ja, ob es nun wirklich kaputt ist oder manipuliert, das weiß ich nicht. Aber Nord Stream 2 ist fertig und die Russen bieten an, uns das Gas über diese neue, moderne, wohl sehr leistungsfähige Leitung zu liefern. Aber aus Gründen, ja, die wir schon öfter erwähnt haben, möchte keiner von unseren Politikern darauf eingehen. Man will unbedingt Recht behalten, koste es, was es wolle. Es sind ja unsere Wohnungen, die kalt bleiben. Ja, wir fragen uns, warum die Welt jahrelang, jahrzehntelang Angst vor Russland hatte. Die Ukraine hat mit Waffen, die sie ja noch nicht lange hat, die sie schleppend geliefert bekommen hat und wohl auch nicht immer das Beste und nicht immer das, was sie haben wollten. Aber mit eben diesen Waffen haben sie die große russische Armee besiegt. Man ist auf dem Vormarsch. Die Russen verlieren gerade alles. Sie haben gerade das modernste Panzerarsenal, das sie hatten, verloren. Und wir fragen uns nochmal, wie kann es sein, dass die Welt vor den Russen Angst hatte? Machen wir einen Schwenk in unsere schöne deutsche Heimat. Die deutsche Industrie, die deutsche Wirtschaft ist nicht mehr wettbewerbsfähig. Und das bedeutet, dass wir wohl aus dem Kreis der G7, der führenden Industrienationen, vielleicht sogar aus dem Kreis der G20, bald ausgeschlossen werden. Ja, und diese Schiffe, die sind Kraftwerke auf hoher See und die wurden bisher nur bei Entwicklungsländern eingesetzt. Und man spekuliert damit, dass sie jetzt auch bei uns eingesetzt werden. Es ist ganz klar, wenn wir nicht mehr zu den Industrienationen gehören, dann sind wir wahrscheinlich ein Entwicklungsland. Und die Schiffe sind hier bei uns völlig richtig positioniert. Unser Spitzenpersonal spielt derweil Monopoly. Der führende Mitspieler, der seine Hütchen am besten setzen kann, ist der Herr, der sich Bundeskanzler nennt. Er ist ein Meister in Monopoly. Mein Geld, dein Geld, unser Geld ist alles sein Geld. Und wir drucken, was wir brauchen. Dann kann man verteilen, was immer man will, wo immer man es verteilen will. Herr Scholz, unsere Meinung, Sie sind einfach nur grandios. Grandios, aber auch die anderen Kollegen aus seiner Riege sind immer eine Erwähnung wert. Habeck, unser Wirtschaftsminister, glänzt gerade durch viel Dummheit. Und er ist in der Wählergunst. Man hat eine Umfrage gestartet. Er ist also in der Gunst der Bürger zurückgefallen vom ersten Platz, vom Liebling. Ich glaube, auf den sechsten Platz. Und wer hat die Spitze übernommen? Ja, unsere Bürger, unsere Wähler, die haben toll entschieden. Aus Dumm wurde Dümmer. Annalena Baerbock ist jetzt Führerin. Auf dem zweiten Platz kommt der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, der durch viele Maskendeals ja auch geglänzt hat. Und auf dem dritten Platz, man höre und staune, Cem Özdemir, der Landwirtschaftsminister. Wir fragen uns ernsthaft, wie kommt Cem Özdemir auf den dritten Platz? Und wir stellen fest, wenn man nichts tut, dann kommt man dahin. Weil wenn man nichts tut, dann kann man auch nichts falsch machen. Also er glänzt hauptsächlich durch Abwesenheit. Und wir stellen folgendes Fazit. In Deutschland wirst du Spitzenpolitiker, wenn du entweder nichts tust, dumm bist oder dümmer bist. In diesem Sinne, Leute, ich wünsche euch einen schönen Tag. Schaut über den Tellerrand. In der Welt ist was los. Geht hinaus. Sagt eure Meinung. Bleibt weiter am Ball. Bleibt gelassen. Lasst euch kein extra Ufer machen. Einen Kommentar da lassen. Einen Daumen hoch da lassen. Und bitte abonnieren. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag. Habt einen schönen Abend. Wir sehen und hören uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und ciao. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020